Am 4. Januar 2012 hat ein Fortune-User dieses Bild in das bekannte Unterforum Bee gepostet. Bee steht für Zufallsforum, im Deutschen klingt es ein wenig sperrig. Im Englischen heißt es Random Board, wo wie der Name schon sagt, alle möglichen Dinge gepostet werden. Der anonyme User mit dem vierstelligen Pseudonym 3301 forderte die Besucher der Seite dazu auf, die versteckte Botschaft, die sich in diesem einfachen Bild befindet, herauszufinden. Von vielen anfangs als schlechter Versuch, die Leute hinters Licht zu führen, abgetan, entwickelte sich dieser Post zu einer der größten Schatzsuchen, die das Internet jemals gesehen hat. Nach nur wenigen Minuten, nachdem das Bild gepostet wurde, fand ein User heraus, dass wenn man das Bild im Texteditor öffnet, eine Zeile eines geschriebenen, erkennbaren Textes offenbart wird. Eine weitere Zeile stellte, nachdem man die Cäsar-Verschlüssung dechivriert hat, einen Link dar. Dieser Link wiederum führte zu einem weiteren Bild. Das Bild der Ente sah zuerst nach einer Sackgasse aus und beinhaltete keine eingebetteten Informationen. Der Textweg weiste die User mit einem Augenzwinkern zu einem Programm namens Outguess. Wenn man mit diesem Programm das erste Bild öffnete, konnte man weitere Informationen extrahieren, welche zu einem Subreddit führten. Die verschiedenen Posts in diesem Subreddit enthielten Informationen über ein Buch. Bearbeitete man das Buch mit einem Code, bekam man eine Telefonnummer heraus, und wenn man diese anrief, hörte man folgende Nachricht. Am nächsten Tag war das Rätsel vom User 3301 überall im Internet zu finden. Eine Gruppe von Internetdetektiven hat sich zusammengeschlossen, um das Rätsel zu lösen, auch wenn viele nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Niemand wusste, wer das Puzzle ins Leben gerufen hat, für was es gut war und wohin es führen sollte. Einige gingen davon aus, dass es sich um einen ausgeklügelten Witz handelte. Andere hingegen sagten, dass die Komplexität des Rätsels genau dagegen spricht. Die Gerüchte durchzogen das Internet. Es solle sich um eine geheime Gesellschaft drehen oder einen Geheimdienst, der international agiert und auf der Suche nach passenden Individuen ist, welche die nötigen Fähigkeiten in Kryptografie, Steganografie und anderen Wissensfeldern besitzen, um dieses Rätsel zu lösen. Natürlich handelte es sich um nichts mehr als Gerüchte. Die zwei fehlenden Zahlen, die in der Aufnahme erwähnt werden, welche abgespielt wird, wenn man die Nummer anruft, stellten die Auflösung des ersten Bildes dar. Multiplizierte man die Höhe und Breite mit 3301 und gab das Ergebnis als Webseite ein, gelangte man zu einer Webseite, welche aus einem Countdown und einem Bild einer Zikade bestand. Nachdem der Countdown abgelaufen ist, wurde die Website mit einer Liste von Koordinaten geflutet. Diese Koordinaten stellten 14 Orte in 5 verschiedenen Ländern dar. Jetzt war es soweit, dass die Internetdetektive sich ihre Tastaturen auf den Rücken schnallen und vor ihrer Haustür treten mussten. Die Gerüchte, dass es sich um eine geheime Gesellschaft handelte, verhärteten sich. Nur eine internationale Organisation hätte die nötigen Ressourcen, um eine Schnitzeljagd in dieser Größe zu veranstalten. Es konnte, so zumindest der Wunsch von vielen, kein Troll sein. Es musste sich um etwas anderes, etwas Größeres handeln. An jedem Ort, zu dem die Koordinaten gehörten, fand man ein Poster, auf dem das bekannte Symbol der Zikade und ein QR-Code war. Ich habe ein Poster hier, ich habe es gerade da. Ja, es wurde verabschiedet. Man kann die Körner sehen, dass ich es einfach verabschiedet habe. Ich habe es einfach verabschiedet. Das Rätsel zu einer Webseite. Doch hier war Endstation für die meisten, denn nur die ersten, die das Rätsel gelöst haben, kamen hier weiter. Für den Rest stand dort nur folgender Text. We want the best, not the followers. Die Finalisten wurden auch davor gewarnt, sich mit anderen zusammenzutun und Informationen bezüglich der folgenden Stufen des Rätsels preiszugeben. Diese Aussage impliziert natürlich, dass nicht jeder auf diese Warnung gehört hat. Doch die, die auf die Erstelle des Rätsels gehört haben, werden die finalen Gänge des Labyrinths gegangen und am Ende angekommen sein. Nach ungefähr einem Monat erschien ein weiteres Bild in einem Subreddit mit der Nachricht, dass sie ihre Suche abgeschlossen haben. Cicada hat anscheinend die Person gefunden, die sie finden wollten. Was mit den Finalisten passiert, ist weiß niemand so genauer, aber dazu gleich mehr. Weil die Fragen, die das erste Bild aufbrachte, immer noch nicht beantwortet und von Cicada3301 auch nicht aufgedeckt wurden, gingen viele davon aus, dass es nichts mehr als eine ausgeklügelte Idee war, die viele dazu motivierte, ihre Zeit zu verschwenden. Immer noch wusste niemand, wer hinter dem Rätsel stand, wofür es gut war und was am Ende zu finden ist. Das Pseudonym 3301 hat schon damit gerechnet, dass andere versuchen werden, weitere Rätsel unter seinem Namen zu posten. Er warnte auch vor ihnen und umging diese, indem er mit einer Unterschrift in Form einer PGP-Verschlüsselung jeden Post unterzeichnete. Dadurch konnte man gemachte Posts auf ihrer Authentizität prüfen. Ein Jahr und einen Tag nach dem Upload des ersten Bildes erschien endlich das, worauf alle gewartet haben. Ein weiterer Post mit der offiziellen Unterschrift Cicadas. Das zweite Rätsel unterschied sich nicht allzu sehr vom ersten. Das Bild enthielt einen eingebetteten Text. Der Text führte zu einem Buch. Durch das Buch generierte man einen Link und das Puzzeln fing von vorne an. Auf der Webseite, zu der der Link führte, fand man folgende Aufnahme mit dem Titel The Insta Emergence, die wie folgt klingt. Ein weiterer Hinweis führte zu einem Twitter-Account, auf welchem nur kryptische Nachrichten gepostet wurden. Diese Ansammlung an kryptischen Zeichen führte zu einem weiteren Bild. Doch bei diesem Bild stießen die Webdetektive auf ihre Grenzen. Es schien essentiell für das weitere Lösen des Rätsels. Gleichzeitig schien niemand diese Tabelle, die Runen zu enthalten schien, decheverieren zu können. Genau wie beim ersten verlegten sie das zweite Rätsel, wie die Glasfaserkabel, die sie ihnen ermöglichten, solch ein Rätsel zu stellen, nach draußen. Dieses Mal waren es acht Orte in vier verschiedenen Ländern. Doch auch dieses Mal verlief das Rätsel im Sande. Natürlich nicht für die, die die Puzzleteile als erstes fanden und zu einer Zikade zusammenlegen konnten. Anders als beim ersten Puzzle veröffentlichte Cicada keine Nachricht, dass sie die Individuen gefunden haben, die sie finden wollten. Und ohne eine weitere Spur verschwand Cicada wieder in den Weiten des Internets. 2014 erschien das Bild zum dritten Teil des Rätsels. Und wieder einmal beinhaltete das Bild eine Nachricht. Diese Nachricht führte zu einem Buch. Mit dem Buch konnte man einen Link produzieren. Also eigentlich alles wie beim zweiten Auftauchen Cicadas. Nur dass sich das dritte Rätsel anscheinend um ein mysteriöses Buch mit dem Titel Lieber Primus ausbreitete. Lieber Primus aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet erstes Buch und wurde offensichtlich von Cicada selbst geschrieben. Die Tabelle mit den Runen machte plötzlich Sinn, denn das Buch wurde hauptsächlich mit diesen Runen verschlüsselt. Aber selbst mit der korrekten Übersetzung waren die Texte, die herauskamen, immer noch sehr kryptisch formuliert. Es sind philosophische und ideologische Texte, die anscheinend so etwas wie das Manifestus Cicadas darstellen. Aber neben den ideologischen Ideen beinhaltete es einige Hinweise und weitere Codes, die von neuen hochintelligenten Personen gelöst werden mussten. Eine Seite des Manifestus verweist klar formuliert auf eine Adresse im Deep Web, welche aber bis heute immer noch unentdeckt bleibt. Eine andere Seite leitete den Leser zu einer Website auf, der ein zweiter Song mit dem Titel Interconnectness zu finden ist. Trotzdem ist der größte Teil des Buches immer noch unübersetzt. Nur 19 von den 74 Seiten wurden bisher übersetzt. Und wie schon gesagt, selbst einige der übersetzten Seiten führten ins Leere. 2015 war ein Jahr, in dem Cicada komplett im Hintergrund blieb und viele vermuteten, dass die vermeintliche Geheimgesellschaft sich erst wieder meldet, wenn jemand ihr Erstlingswerk Lieber Primus übersetzt hat. 2016 bestätigte Cicada diese Vermutung mit einer Nachricht ihrerseits. Seitdem sind vier Jahre vergangen und es gab keine wirklichen Erfolge in der Entschlüsselung des Lieber Primus. Und Cicada hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Ob sie wiederkommen oder nicht, ist genauso unklar wie der Erfolg der Entschlüsselung des Werkes, welches sie vielleicht dazu veranlassen würde, wiederzukommen. Eine Theorie, die seit dem ersten Aufkommen Cicadas in den Foren des Internets kursiert, ist die, dass es sich um die Werbung für ein Spiel eines großen Publishers handelt. Zum Beispiel hat Microsoft 2001 ein ähnliches Projekt ins Leben gerufen, um ihren Film Artificial Intelligence zu promoten. Das gleiche gilt auch für den Release von Halo 2. Aber die Tatsache, dass weder irgendein Produkt vorgestellt, noch dass das Rätsel aufgedeckt wurde, spricht dagegen. Wenn wir aber einigen Finalisten Glauben schenken, dann können wir die Ideologie und das Konstrukt Cicada 3301 besser verstehen. Finalisten am Ende des ersten Puzzles erhielten diese E-Mail. In ihr beschreibt Cicada sich als internationale Gruppierung, die für das höchstpersönliche Recht, also das subjektive Recht, um die Erklärung abzukürzen, verlinke ich euch die Definition in der Infobox, einstehen. Das Ziel der verschiedenen Rätsel ist, Individuen zu finden, die ihrer Gesinnung entsprechen. Ich glaube, das ist auch die einzige Sache, die sie schon während des Puzzles transparent kommunizierten. Mit diesen Individuen wollen sie gemeinsam Apps und Programme entwickeln, die ihr höchstpersönliches Recht und das andere absichern. Am Ende der E-Mail stehen drei Fragen. Eine der Fragen lautet, Denkst du, Informationen sollten frei zugänglich sein? Sie wirkt fast schon ironisch, gerade wenn man sich den ersten Satz der E-Mail anguckt. Und wenn nicht ironisch, dann hypokritisch. Denn was haben sie in den letzten sieben Jahren gemacht? Hier ist noch anzumerken, dass die E-Mail nicht komplett so abgesendet, sondern von dem Finalisten, der sie veröffentlicht hat, aus mehreren zusammengesetzt wurde. Außerdem fehlte im Anhang dieser E-Mail die offizielle Signatur Cicadas, was die Authentizität dieser E-Mail infrage stellt. Zwar wirkt die Theorie, dass eine geheime Organisation oder Gruppe, Menschen, durch kryptische Rätsel wirbt verschwörungstheoretisch, aber es gibt genügend Beispiele, wo es tatsächlich so vonstatten ging. Unternehmen und Regierungen haben des Öfteren ähnliche Aufnahmeverfahren angewandt, um passende Mitarbeiter zu finden. 2013 hat der britische Geheimdienst GCHQ ein Rekrutierungsprogramm mit dem Namen Can You Find It ins Leben gerufen. In diesem mussten die Partizipierenden ebenfalls verschiedene Puzzle, die im Internet verstreut waren, lösen. Schafften sie das, konnten sie sich zwischen einem Preis oder einer Stelle bei GCHQ entscheiden. Aber wenn es wirklich ein Rekrutierungsprogramm ist, warum haben sich keine anderen Finalisten gemeldet, abgesehen von dem, der die eben gezeigte E-Mail veröffentlichte? Das Problem hier ist, dass selbst wenn sich ein wahrer Finalist zu Wort meldet, die Unterscheidung zwischen jemandem, der tatsächlich zum Ende des Puzzles kam, und jemandem, der nur so tut unmöglich ist. 2015 führte das Rolling Stone Magazine ein Interview mit zwei vermeintlichen Finalisten des ersten Puzzles durch. Sie sagten, sie haben eine E-Mail bekommen und wurden in einen Chat im Dark Web eingeladen. In diesem konnten sie mit anderen Finalisten und einigen Mitgliedern von Cicada schreiben. Die Mitglieder erzählten ihnen, dass Cicada anfangs nur eine kleine Gruppe von gleichgesinnten Freunden war, die mit der Zeit immer weiter expandierte und sich nach einiger Zeit, nachdem Freunde Freunde warben, zu einer internationalen Organisation entwickelte. Die Gruppe von Anwärtern sollte dann Programme entwickeln, die zu den Ideologien Cicadas passten, während ihre Mitglieder sie überwachten. Doch das Interesse der Teilnehmer ebte schnell ab, denn die Motivation, irgendetwas zu lösen, war nicht mehr gegeben und so meldeten sich alle bis auf einer von der letzten Stufe des Rekrutierungsprozesses ab. Nach einigen Monaten existierte die Seite, auf der sie miteinander kommunizieren konnten, nicht mehr. Nox Populi, ein Mann, der sagt, er sei einer der Finalisten des zweiten Puzzles, schildert das Vorgehen Cicadas folgendermaßen. Er wurde zu keiner Seite eingeladen, auf der er mit Mitgliedern Cicadas sprechen konnte. Ihm wurde nur gesagt, er solle Geduld haben. Ab Mai 2013 meldeten sie sich, ohne irgendeinen Grund oder etwas anderes zu nennen, abrupt nicht mehr bei Populi. Später kontaktierte er andere Finalisten und tauschte mit ihnen Notizen und Erfahrungen aus. Alle berichteten das Gleiche und keiner hörte mehr etwas von Cicada. Nach Populis Meinung ist Cicada eine Vereinigung von strebsamen Verteidigern des Cyberpunks, der in den 80er Jahren entstanden ist. Dieser ist durchdrängt vom Pessimismus am System, der Kommerzialisierung, Urbanisierung und der Monopolmacht von Staaten und Konzernen, die die physische und ökonomische Sicherheit des Individuums gefährden. Stichwort, höchstpersönliches Recht. Also eine Gruppe Aktivisten, die die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Zumindest aus ihrer Perspektive. Er weist aber auch darauf hin, dass das alles nur seine Spekulationen sind. Falls ihr Lust auf eine detaillierte Version der Lösungswege für die Rätsel habt, guckt euch die Videos an, die er zu dem Thema gemacht hat. Wirklich unglaublich interessant. Es zeigt mir einfach wieder, wie verdammt klug manche Menschen sind. Zwar ist diese Erklärung nicht ansatzweise so spannend, wie eine große Verschwörung von Machenschaften, die sich durch alle Zweige der Regierung und der großen Unternehmen zieht und mit der Weltherrschaft endet, aber sie macht mindestens genauso viel Sinn. Man vergisst schnell, dass in unserer heutigen Zeit auch ein Einzelner das alles alleine bewerkstelligen könnte. Wenn ich wollen würde, könnte ich schnell jemanden finden, der für mich ein Poster in einer großen Stadt aufhängen soll. Oder ich fliege selber an die 14 Orte. Gib mir eine Woche Zeit, welche du mir am besten mit einem Countdown verschaffst, ein bisschen Geld und ich hänge dir die Dinge auch auf, ohne die Hilfe von anderen. Denn die Poster hingen alle allerhöchstens eine Stunde von einem Flughafen, manche sogar nur ein paar Minuten davon entfernt. Viele nennen genau diesen Fakt der Geschichte als Beweis dafür, dass es sich um eine internationale Organisation handeln muss. Aber ich glaube, genau das war die Intention des Erstellers. Jemand, der so viel Planung in ein Projekt steckt, plant so etwas genau voraus. Und so wirkt sie Kader wie eine internationale Organisation, die schon weltweit Mitglieder verteilt über verschiedene Nationen hat. Doch auf der anderen Seite erfordert Cicada 3301 so viel Arbeit, dass man sich nicht vorstellen kann, dass eine Person oder eine kleine Gruppe von Individuen es alleine hätte schaffen können. Und vielleicht, wenn die Finalisten des Puzzles noch geduldiger gewesen wären und ihre Informationen nicht mit dem Internet geteilt hätten, hätte man nichts mehr von ihnen gehört. Vielleicht gehörte genau dieser Teil noch zu dem Rekrutierungsverfahren. Die letzte Startungsmeldung, die Cicada veröffentlichte, war im April 2017. Sie warnten von Nachmachern. Sonst nichts. Seitdem hörte man nichts mehr von ihnen. Eventuell, weil das dritte Rätsel noch nicht gelöst wurde. Oder aber, weil sie jetzt endlich genügend Individuen geworben und somit die nötigen Ressourcen für die Umsetzung und Verbreitung ihres Manifestos haben. Das war die Geschichte von Cicada 3301. Falls ihr selber irgendwelche Theorien habt, wer oder was Cicada ist, schreibt sie mir doch in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Like oder was auch immer da lassen würdet, falls euch das Video gefallen hat. Und falls es euch nicht gefallen hat, lasst mich auch das wissen. Nur so kann ich mich verbessern und die Qualität dieser Mini-Dokus erhöhen. Vielen Dank fürs Zugucken, gute Nacht und bis dann.